Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, hoffentlich das letzte Mal, hat Herr Brunner gesagt, wenn wir elf Monate zurückschauen, haben wir hier so etwas Ähnliches schon mal gehört. Wir tauschen jetzt wieder die gleichen Argumente aus, wie wir sie vor elf Monaten schon mal ausgetauscht haben. Leider, muss ich sagen, wir fanden anders als Herr Brunner, anders als die CDU, die CSU, die FDP, die Grünen und die SPD den Einsatz von Anfang an falsch, weil es im Mittelmeer keine Terrorgefahr gab und gibt. Aber nach der Debatte, die wir vor elf Monaten geführt haben, hatte ich die Hoffnung, dass das die letzte Abstimmung gewesen ist. Der Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat uns da selbst Hoffnung gemacht. Er hat zwar durchaus folgerichtig, weil er als Oppositionsführer zusammen mit Grünen und unserer Fraktion ja bereits gegen das Mandat, über das wir reden, gestimmt hatte. Er hat vor elf Monaten gesagt, der Bündnisfall kann heute mehr als zwölf Jahre nach 9-11 nicht mehr dauerhaft tragfähige Rechtsgrundlage sein. Da hat er recht. Nils Ann, der hier vor elf Monaten für die SPD-Fraktion gesprochen hat, hat sehr deutlich gesagt, wir stimmen in der Erwartung zu, dass die Botschaft, die wir ausgesandt haben, aufgegriffen wird, dass die doch relativ kurze Zeit der Mandatierung elf Monate dafür genutzt wird, in der NATO dafür zu sorgen, dass dieser neue politische Konsens Gestalt annimmt und dass wir gemeinsam mit unseren Bündnispartnern ein neues Mandat ohne den Bezug auf Artikel 5 erreichen können. Und auch der Kollege Bayer von der CDU-CSU-Fraktion hat vor elf Monaten in dieser Richtung argumentiert. Er hat darauf hingewiesen, dass auf deutsche Initiative hin die NATO im vergangenen Jahr eine Option eröffnet hat, OAE-perspektivisch in eine nicht durch Artikel 5 gestützte Operation zu überführen. Die aktuelle Verlängerung, so sagte er vor elf Monaten, des Mandats unter den geänderten Bedingungen stellt damit eine Übergangslösung dar. Sie ist ein wichtiger Schritt in dem Prozess zur Weiterentwicklung der Operation Active Endeavor. Übergang, Weiterentwicklung. Heute beschließen wir exakt das Gleiche, was wir vor elf Monaten beschlossen haben. Das ist doch absurd. Und das Stichwort, das Stichwort, was Sie hier geben, heißt Bündnistreue, Herr Brunner. Deshalb könne man nicht einfach aus der Mission aussteigen. Ich möchte Sie erinnern, dass die ebenfalls im Jahr 2001 mit Bezug auf den Terroranschlag gestartete Operation Enduring Freedom die gleichen Terroristen im gleichen Bündnis bekämpfen sollte. Nachdem SPD, Linke und Grüne es verlangt haben, hat die Bundesregierung die deutsche Beteiligung daran im Jahr 2010 beendet. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Also beenden Sie heute diesen überflüssigen Auslandseinsatz. Und ich will es ganz klar sagen, es geht uns nicht einfach um ein Entkoppeln. Wir möchten, dass der Kampf gegen die imaginären Terroristen beendet wird. Und Sie wissen selber, dass das absurd ist. Wir haben am Mittwoch im Auswärtigen Ausschuss darüber gesprochen. Der Außenminister hat es auch zugegeben. Geben Sie sich einen Ruck. Stimmen Sie heute dem Antrag von Bündnis 90 und die Grünen zur Beendigung des Mandats zu. Wir werden es tun, weil es das einzig Sinnvolle ist. Und wenn Sie gern im Mittelmeer etwas tun wollen, hätte ich einen Vorschlag für Sie. Anders als imaginäre Terroristen gibt es dort nämlich ein reales Problem, das Sie anpacken können. Statt mit der britischen Royal Navy Übungen abzuhalten, retten Sie doch lieber die Leben der tausenden Flüchtlinge, die täglich versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Gehen Sie ein neues Bündnis ein, eins mit Italien und weiteren EU-Staaten. Nutzen Sie die Mittel aus dem überflüssigen Bundeswehreinsatz. Und beginnen Sie eine wirklich wichtige Mission. Ob Sie die dann Mission Mare Nostrum oder Operation Enduring Life nennen, das überlassen wir Ihnen. Vielen Dank. Der Kollege Philipp Missfelder hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.